Vielleicht kriegen wir sie ein bisschen gekitert, dass die hier auf die Seite gehen, weil ich glaube, hier ist am meisten Spikes. Auch wenn die definitiv Problem halten. Jungs, kommt hoch. Captain, das wird jetzt langsam eng hier. Ja, kommt hoch. Und die Frames wegnehmen. Kurz abgeraten. Gutes Timing. Ja, ich pet's auch schon, ne? Komm, 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 Captain. Da steht zwei Bullen. Preu-Wolf, ist Eugene. Jetzt, jetzt gesehen. Stellt Cap unten hin, der ist Abschreckung genug. Das war Köchi wieder, Alter. Nein, du schätzt Köchi ganz falsch ein, das war ja nicht. Nein, war es Meiri. Ach, es gibt eigentlich so viele, die mich hassen. Alles gut. Okay, Freunde, das geht los. Auf die Plätze, fertig, los. Ich will nochmal trinken. Ich trinke erst mal raus. Wir sind noch im Nordosten. Nordosten. Oh ja. Oh ja, ich bin noch nicht am Spyder-Schutz rum. Ich lade mal das Dimmchen. Das geht sowieso direkt im Keller. Die sollten uns die Munition ausheben, wenn sie im Zentrum sind. Also durchgebrochen sind. Ein Kopf tot. Das ist sofort ein grünerer Ingesprungen. Geier. Oh. Oh, Captain. Shit. Das Schlimme ist... So viel zum Thema Geier-Schutz. Das Schlimme ist... Ich mache safe auf. Das Schlimme ist, Captain, dass du tot bist. Nee, das Allerschlimme ist, dass ich einen Schlafsack draußen gesetzt habe. What the fuck? Cookie, danke für den Witz. Ich habe noch 15 von den komischen Dingern. Stimmt, wegen Ayo. Stimmt. Wegen Ayo. Der war wieder schuld, wie immer. Nee, ich habe den gesetzt, weil ich... Ich sehe sie, den habe ich jetzt erst gesetzt, weil ich... Geier, aufpassen. Oh. Oh, fuck Geier. Oh. Oh. So viel höre ich gar nicht von den Zombies. Und da drüben hat sie auch gerade irgendwie gespuckt, oder? Ja. Also, wie gesagt, so viel von den Zombies kriegt man gar nicht mit. Weil die eben groß sind. Verlagert euch mal ein bisschen, damit sie nicht die... Damit sie auch die anderen Spikes halt reinlaufen. Ja. Wir haben da vorne an der Ecke nämlich schon viel Spikes verloren. Südseite sind Hunde. Ich höre einen Spucker. Ich auch. Was sagt mein Futter? Hey, Zerbi. Moin Moins. Da geht noch was. Hey, Zerbi. Und danke für deinen Follow noch, ne? Also, ich würde jetzt mal sagen, der Spucker spuckt nicht mehr. Also, ziemlich viel Grüne von Südwesten. Oh, Nilen. Wow. Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube Dark Souls, da bin ich schon... ...wegehauen von der Nase. Da läuft ja richtig viel. Da bin ich keiner für, der so was spielen kann. Scheintenkleister. Dark Souls, vor dem Spiel. Ähm, nicht, dass der die Leiter wegkommt. Gea, 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 gea. Gea, 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 gea. Nein, ach. Uh, 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 uh. Alter, warum hatte ich jetzt die Einrastfunktion drin? Ich raste aus. Hat ihr aber auch schon mal? Du sollst ja einrasten. Alter, ich raste richtig aus. Aber wir spielen gerade Seven Days nicht Rust. Okay. Noch ein Geierwesten. Komm nicht richtig noch ran, Alter. Ich bin genau hinter mir. Komm nicht richtig noch ran, um uns Haus nicht hochzufallen. Äh. Du könntest von der Ostseite kommen. Alter, jetzt geht es noch mal hier ganz schön in den Keller. Alter, du bist mitten in den Baumstädter. Ist doch zum Trotzen. Das macht normalerweise ein, oder? Also ich bin in der Wildbahn und weniger gestorben. Das war zur Erste, der Spike oder der Baum? Äh, aber Cap, wenn du spawnst, probier auf die Ostseite zu kommen. Da ist weniger los. Da sind ein, zwei Zombies zwischendurch nur. Ich passe eigentlich nur darauf auf, dass keine Copsi großartig sind. Ja, ja. Noch ist erschreckend ruhig hier, ne? Hier kannst du theoretisch. Wenn du es lauter haben, magst du runter. Da kommt noch in Richtung Südwesten, Vorsicht. Ähm, rechts unten. Grüne. Ach, Leckmüll. Wo ist denn, äh, Captain? Captain, wo bist du? Ähm, weit weg von euch gerade im Moment. Okay, pass auf. Ähm, welche Richtung? Äh, Gaia? Warte, warte, muss sich selber erst kontrollieren. Ich hab auch was zu tun gerade. Ich hab auch was zu tun gerade. Ja. Leuchtspucker. Westen. Okay, Aido und ich geben dir Feuerschutz. Du musst nur sagen, nur aus welcher Richtung du kommst. Westen? Aus Westen. Westen. Auf der anderen Seite. Da unten sind gerade zwei Leuchtspucker, wo du auch rein willst. Käpt'n. Ja, ja, alles gut, alles gut. Äh, sobald ich die sehe, die versuchen, den Boden zu laufen. Äh, ich brauche bloß Trames gerade. Ich hoffe, die sind gleich fertig. Eine Minute noch. Na, läuft der wieder. Perfekt. Ey, jetzt kommen wir mal wieder ein paar in den Herrochen. Oh nein. Oh, echt, jetzt. Wem gehört denn der Rucksack hier eigentlich? Äh, Captain. Was soll das Captain? Ich hab mir mal vier Patronen. Noch ein Spucker Richtung Westen. Oh, ja. Normaler Spucker. Wenn die ganzen Patronen von mir aus. Ich hab ja eh jetzt nichts mehr. Der ist ein bisschen Kopflos. Okay, der ist down, ja. Boah, warum hänge ich denn jetzt fest? Oh, Mann, ey. Down Kino und dann bin ich runtergefallen. Äh. Das ist der Geier hier. Leucht, Mutti? Ja, die spuckt mich. Ich hab doch weniger. Ich hab doch 100. Du greifst mich nicht. Das zappelt. Das ist die Regel, Mann. Wo war denn, wo war denn der? Leuchtkorb. Normaler Korb Westen. Oh, ich hab kaum Ausbau und da kommt jeder. Oh, ja. Nicht heile, guck mal, Angela. Manche Wurst, mal weggebad. Und? Oh, Mann. Geier, hier oben, Nordosten, auf dem Dach. Ops, sorry. Ich hab mich noch nicht bewegen, verdammt. Okay, und? Alter, bis ich mich umgedreht hab. Auch ein Geier von Norden. Von da kommt der Platz. Ich bin noch unser Erster weg. Die sind hinter dir her. Okay, weg. Weg. Ich hab nicht mehr so viel Schuss, ne? Wenn du da irgendwann irgendwie runterkommst und die sich da jetzt durchhauen müssen. Irgendwie war die andere Horde, glaub ich, schlimmer, oder? Ja. Ja, wir haben jetzt auch wesentlich mehr Spikes unten liegen, ne? Dann, sagen wir mal so, auch nicht so aufgeteilt wie jetzt. Ich meine, wenn du dich jetzt beschwerst, dass du nicht schlimm genug bist. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Leider, spei, da spei. Weiß nicht, wer mir erst so langweilig ist, ich bin noch schnell vom Gap geschwubst. Ich weiß, ich kenne euch, alles gut. An Hunde, okay. Oh, da sind zwei, drei Leuchte ist unten. Ein Leuchten. Osten, da war ein Objahr. Da sind aber gerade Zombies vor. Ist der Osten am besten oder du steckst dich komplett hoch? Nee. Das hast du jetzt mit dem Käpt'n gesagt, oder? Jetzt ist ja was dunkel hier. Mit Mully sieht es ja nicht so toll aus. Man wird es dann widerlegt. Wie Junge. Ich sehe noch nicht, ich weiß nicht, wo ich hier runterfalle, deswegen, keine Ahnung. 9,5 Dinger. Ich dachte mal, die Frage ist, aber es ist nicht zu viel Action, sonst würde ich rüberkommen. Nee, du sitzt doch da drüber gut, oder? Im Moment sieht es gut aus hier bei mir, ja. Ja, da sind ein paar Grüne, die kloppen da unten dran, aber... Da passiert ja nichts. Boah, ey, leck, 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 ey. Jo, das liegt hier wie im... Ach, das war ja einfach. Okay. Hab noch nie so wie einfach bei 8 FPS gespielt. Jetzt hab ich die Fackeln fertig, es wird wieder hell, danke. Einfach warten, wie es hell wird. Durch deine Fackeln ist es tatsächlich geworden, weißt du? Jetzt kommst du zu euch, ich rüber die Bühne. Jo, ups. Aber bei der unten ist auch noch ein bisschen was los. Okay. Parminimal. Echt jetzt? Reingebrochen, oder was? Hm. Autsch. Da fehlt irgendwie eine Sprosse. Oh, haben sie die weggehauen, die böse Bube? Ha! Was hast du denn da an? Hat er dich weggehauen, der böse Bube? Ich will meinen Rucksack haben. Äh, ja. Dann, äh... Renn mal an mir vorbei. Was hier an einem Lutbeutel wieder rumliegt. So, der ist ja tot schon. Also hier sieht jetzt, Osten sieht jetzt ziemlich gut aus. Ja. Ich hab hier noch ein Bein kaputt geschaut. Der kommt nicht mehr weit. Nö, der hat es hinter sich. Ich bin auch selber verstanden. Haha. Easy. Easy Horde, easy Spaß. Äh, ich mach mal eine Leiter, ne? Ja, super, klasse, danke. Wie geht das denn? Boah, liegen hier Lutbeutel rum, unglaublich. So, Wahnsinn, oder? Ganz kurz, Afka. Da läuft ein Zombie beim Blutbeutel rum. Hallo, nein. Nein, nicht so. Ich dachte schon. Ich dachte schon, die Zombie ist gut, dass ich jetzt gerne einen Erdbohrer gefunden habe. Sehr praktisch, äh, bei der Zeit, die wir noch haben, kannst du den ganzen Tag. Komm, Hund, geh weg. Ja, bei mir hier ist noch ein Erdbohrer, krass. Weg jetzt gerade, so ein bisschen. Aber normaler, Zombie, alles easy. Kann der mal die Spawn hier? Da hinten kommen so ein paar, aber... 2,7 Kilometer. Katolinchen, schlaf gut. Danke, dass du da warst, ne? Guten Nacht. Gute Nacht, Katolinchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, aber hier liegt einfach hier noch rum, das passt schon für uns wieder. Äh, das ist, sagen wir mal, was hier rumliegt. Das ist wirklich echt krass, was hier rumliegt. Ja. Schussübungen, ja. Wieder da. Bitte. Hi, Zeit. Wie lange spielen wir denn bis Tag 8? Äh, nee. Theoretisch haben wir es, ja. Oh, guck mal, da sind wir. Oh. Theoretisch? 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 Wollen wir uns, schade, wenn wir noch mal reden, ne? Also ich hab so ein Schadenlaffen gefunden, die konnten auch keine Haube machen. Ja, du kriegst ja eine Paladin. Die Klacks. Die Maure ist ja wohl gerade 10, oder? Das war sie. Oh, ne Hau. Ne Hau. Tag 7, oh da. Wo gab's denn das schon mal? Hast du auch so'n guten Loot gefunden? Ja, die Kiste ist schon voll, leider. Zu viele Waffen. Südosten, Südosten, am alten Gebäude, mal irgendwo eine alte Base. Ja, ja, ne? Echt? Ja. Gibt nicht. Oh, rechts, rechts von Girls, rechts. Ach, die auch. Oh, ja, die ist. Und Spider, ich geh wieder hoch. Ja, es hat geschehen. Ist ein grüner gespawnt. Um die Ecke, die kommen gelaufen. Vorsicht. Wo brauchen wir uns beide? Direkt vorne dran. Links von euch. Oh, nicht in den Spikes. Spikes. So, wie ein Konsolen. Spikes. Spikes. Oh, Bulle kommt ja auch noch. Ich hab heute mal die Rolle von Arne übernommen, ne? Okay. Oh, scheiße, ein Spucker. Nein. Ja, genau. Nein. Scheiße, keine Muni mehr. Du bist tot. Das war knapp. Spucker ist weg. Oh, wow, wow, wow. Ich sollte mal mehr gucken, ob ich noch Muni hab. Das ist gut aus. Das war echt heftig knapp. Die Witze gefällt mir. Nee, ich bin da schon eine geile Sau. Sie bei deinem Gesicht wenigstens nicht. Das klingt gar nicht so falsch. Ich wusste, ich wusste, dass das jetzt kommt. Das muss ja kommen, ne? Gibt's aber nicht. So eine Aussage. So eine Aussage. Das ist wirklich schändlich ist sowas. Ach ja. Das ist schändlich. Volldeibe. Schäm dich ein bisschen was. Äh, ja, ich schäm mich total. Dass ich nicht eher auf dich geschossen hab. Ich bin zufrieden. 138 Zombie-Kills. Level 20. Das ist ein Abo. Level 20 ist tatsächlich nice. Nur die drei Todesstirne. Bei mir sind's nur neun Tote, aber ich hab immerhin zwei Spiele-Kills. Ich hab die niedrigsten Tote. Wow. Irgendwann schaffe ich es noch mit 0 Enemy-Kills. Und die wenigsten Zombies-Kills. Ja. Mit immer besser. 18-Kills. Aua. Ey. Satan. Ach scheiße. Entschuldigung. Irgendwann schaffe ich es mit 10 oder so. Äh, Aldo wollte er sich schon wieder mit mir anlegen. Äh, ja. Du musst auf Rand, äh, Rasterfranse musst du schießen. Nicht auf mich. Das ist von hier unten so schwierig. Oh, keine Schuss mehr. Äh, Aldo. Ja. Könntest du einen Schuss droppen? Ich hab komm noch Schuss. Soll ich dir einen Schuss droppen? Nur, dass ich dich erschießen kann. Okay, ich krieg mal hin. Wo bist du denn? Äh, hier ist, oh, oh, fuck. Hier ist ein, äh, Bulle noch. Wo? Au. Ungefähr. Die hat das gar nicht gesehen. Ich brauchst du jetzt keine Gedanken mehr zu machen, ne? Ja, nee, brauch ich nicht. Ah, schade. Ich wollte, äh... Südosten kommen ein paar Grüne. Ich wollte eigentlich sowieso, äh... Oh, die Kugel eigentlich nicht aufmachen. Ich hab bloß nicht hingeguckt. Die Schreierin lebt noch. Wo ist denn die? Oh, nee, nee. Ah. Jetzt ist sie weg. Da kommt noch ein Krüger, Nordosten. Oh, ich treffe die natürlich. Oh, nee, nee. Ahn? Ich war's nicht. Ahn? Banzai! Töte ihn! Entertain you! Oh, nee, noch gefallen. Ey, du Arsch! Echt jetzt, ja? Ja, vielleicht auch. Habt ihr das jetzt gesehen? Hinterrücks. Ja, da hat er seinen Spaß, ne? Da lacht er, da freut er sich jetzt, ne? Ja, ich hab nix gemacht. Alter, überge... Okay, eine Patrone. Ja, mehr hab ich doch nicht gemacht, oder? Ja, ich... Ist ja auch alles völlig wichtig gewesen. Normalerweise fang ich dir eigentlich jederzeit auf. Aber... Ich mach' nicht auch nichts. Okay, alles klar, jetzt geht's hier wieder los. Halt mich mal raus, ne? Bleib die Nacht verpasst. Oh! Wir haben nicht fehlgemacht hier. Ähm, ja, Basecappen. Jetzt sind wir quitt. Kaum, dass man spawnt, umbringen. Oh, 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 Arn? Hier oben liegt noch ein Rucksack, ne? Ja, das könnte irgendwo meiner sein. Ich weiß nicht, wo meiner geblieben ist. Amtest du eine Hunting-Rifle? Ja, aber ich hatte vieles... Vierzeug, äh, drinnen. Weil ich hab' ja hier die Loot-Bags gesammelt. Hunting-Rifle und nur Schrotz ist da drin. Ja. Zum Beispiel? Äh, das ist noch ein erster Rucksack. Okay. Nee, der liegt hier oben auf dem Dach? Ja, ja. Na, da kann das nicht mal sein. Ich bin ja auf dem Dach nicht gestorben. Was, das ist der, wo ich die Vierschutz-Munition rausgenommen hatte? Ach so, aber ich wollte grad sagen, der zeigt mir nämlich den letzten an und der soll angeblich auf dem Dach liegen. Ja, also, recht. Kann ich gar nicht sein, weil ich... Nee, hier liegt einer, aber der liegt, glaube ich, erst jetzt seit kurzem da, oder? Wo bist du denn, Cap? Komm mal hierher, komm mal hierher. Guck mal da. Ich weiß nicht, ob das einer ist. Ja, das ist meiner. Wie siehst du mal? Hab ich gut gefunden, ne? Was krieg ich denn jetzt? Jetzt krieg ich jetzt ein Leckerli? Jetzt was stimmt ich. Warte, warte, warte. Jetzt wirft ihr mir gleich zwei Plantfiber hin, oder sowas, ne? Jetzt erschießt er mich, ne? Ne Kugel, Wassermausi schreibt auch schon gleich, da kriegst ne Kugel, genau. Warte, hier. Boah, Leute, echt. Boah, toll, dankeschön. Gibt ihr es schon mal für das PKP, oder was? Ja, so ein bisschen. Massenmorde fangen an, genau. Regel 9. Der Spawnpunkt-Schlafsack darf in der Base nicht zerstört werden. Ich hab dich gerecht daran. Dankeschön. Ja, aber nur weil ich schon mal ein bisschen was unter den Füßen weggezogen bin. Ja, aber ich hab überlebt, zwar mit gebrochenem Knochen, aber... Viel zu wenig Schuss. Ich wollte dich ja auch nie umbringen. Vor allem hab ich auch noch keinen Laserpointer hier als Visier. Also nicht? Ne, und vor allen Dingen ist auch noch der ganze... Dein ganzer Buch schon wieder weg, das ist schwierig, wo dein Loot ist. Ich bin ein Dorfkind. Da war ich mir ein Schatz. Ja. Hey, ein Unerschönes Spiel. Was ist denn hier los? Ja, das lass ich auch nicht gefallen. Auch wenn Box... Ich war gerade im Inventar, ihr habt mich nicht gehört. Ich wollte gerade sagen, auch wenn Mucki nicht unbedingt nett zu mir war, aber das lass ich nicht auf... Oh, so. Mucki, langsam musst du dir einen neuen Spruch ausdenken, ne? Wer? Mucki. Was? Er hat nur gesagt, ich war gerade im Inventar, ihr habt mich nicht gehört. Das ist ein Evergreen, der zieht immer. Ja, ja. Ketterlady, kannst du steppen? Probier mal. Ups, kein Moni mehr, du Scheiß. Hey, klappt gut. Alter, ich hab hier noch keinen Schlag. Eieieiei. Okay. Alter, kannst du mich wieder aufs Dach spawnen? Was? Ich bin so weit weg. Wie weit bist du denn? Oh. Leg dir mal endlich einen Schlafsack hier hin. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Proxy wieder wie so Bilder hinter mir herrennt, ohne... Bilder wie so ein Bilder. Das hast du eben gerade bei Mucki auch gemacht. Hab ich gar nicht. Ich bin einfach nur auf ihn zu und hab geschossen. Was der im Inventar ist, sehe ich doch nicht. Ja, ich bin ein Schlafsack. Ja. Ich bin ein Schlafsack. Ich bin ein Schlafsack. Alter, schieß ich nicht. Ich bin nicht mehr mit... Wir haben ja in Ordnung. Ich nehme auch einfach für meine Arkane ein bisschen Munition und... ... mit einem Visier oder so. Okay. Ich hab da nur mal reingeguckt. Hab da nur Escape gedrückt. Mann an. Und, ist immer noch ein Bulle? Jetzt tränke ich und esse ich euch alles weg. Ha. Okay. So, machen wir Feierabend? Ja. Ist ne gute Idee. So. Dann guck ich schon mal. Proxy? Ups. Fünf war es noch. Ich hab geboxt. Ich hab von einfach geboxt. Ich hab hier genauer nicht aufgetroffen. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur Escape gedrückt. Ja, sag ich doch. So, wen haben wir da? Auch Proxy-System. Da kommt man ja mal in ein Haus. Ich weiß ja nicht, aber bei mir ist öfters mal der gute Jochen G.E.R. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber der dümpelt auch immer mit so ein paar Zuschauer schon rum. Wenn du die Munition wegwirfst und auch mit der Axt kommst, dann nicht. Jochen, unterstaff's. Das ist ja kein Grund. Jan? Ich hab keine Axt. Ich hab keine Axt. Ich hab keine Axt. Ich hab keine Axt. Untertitelung des ZDF, 2020